Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Layers of 4.2 mit Merit und Nadine. Die Nadine, die hat letztes Mal, weil sie sich nicht so gewohnt ist mit einem Gamepad zu spielen, aber einfach in den Raum ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen Steuerung geübt und alles. Und da hat sie was gefunden. Nämlich hier diesen Text. Und den, wie du schon sagtest vorhin, ja der ist gruselig. Lesen wir mal. Eine unerreichte Meisterleistung. Gute Schauspielerei kann ein unheimliches Geschäft sein. Es braucht viel Mut, um das Bewusstsein über das eigene Selbst zu verlieren und eine Figur nicht nur nachzuspielen, sondern sich wirklich in sie zu verwandeln. Nur wenige bringen so viel Mut auf. Und dennoch geschieht es ab und zu. Das kann ich nach meinem Besuch des königlichen Theaters gestern Abend persönlich bezeugen. Wie die treuesten meiner Leser wissen, werfe ich nicht gerade mit Lob um mich und wirft, um mich wirft und bin alles andere als leicht zufrieden zu stellen. Und dennoch muss ich zugeben, dass mich die Hauptfigur dieses Werks sprachlos gemacht hat. Die schauspielerische Leistung von unleserlicher Name war vollkommen unerschrocken und geradezu überwältig. Es war, als ob sich diese Person auf der Bühne von meinen Augen auflöste und einen neuen Charakter ins Leben riecht. Seid ihr abgerissen? Ja, ich vermute mal, unleserlicher Name werden wir sein. Ja, wahrscheinlich. Also, könnten wir sein, ne? Ja. Gut. Man hört halt immer noch das Rauschen von Wasser, wenn ich das zugemacht habe. Ja, du hast es nicht ausgemacht. Wir lassen das jetzt mal. Hä? Hm? War hier nicht ein Gang vorhin? Ey, jetzt ohne Scheiß, du hast doch da das Klo geöffnet in der Wand. Ja, eigentlich schon. Man hört das Wasser sogar noch. Hier ist einfach die Wand. Ach ja, stimmt. Ja, da war... Wir konnten ja vor Ende danach durchgehen. Nö, das ist wahrscheinlich, weil wir den Text gefunden haben, hat sich da die Wand geschlossen. Und eigentlich will das Spiel ja wahrscheinlich, dass wir da lang gehen. Ich kenne mal, ob alles läuft. Ich habe immer Angst, dass ich das nicht läuft. Ha! Das wusste ich, ist doch Arschlöcher, ne? Ja, okay, danke. Ich werde auch gefahren. Ich habe Angst, dass plötzlich etwas hinter uns steht. Höh! Nee, okay. Hi! Oh, dieser Gang, ne? Hä? Hä? Wir müssen jetzt mal die Treppe hoch. Nee. Oh, diese veränderten Räume haben wir sie einfach so gut übernommen aus dem ersten Teil. Das war damals schon fies. Okay. Aber was ich ja besonders fies fand, war in dem ersten Teil, wo wir gelaufen sind und einfach den Boden runtergefallen sind in einem anderen Raum, das war nicht krass. Oh ja. Mit der Puppe da waren, an der links, ne? Die haben es auch mit Puppen in den Game, ey. Ist hier noch jemand? Kann man die eigentlich rausgucken? Boah, sind die dreckig. Die sind ja schlimmer als meine Scheiben. Boah, Alter. Und die sind schon dreckig, das sage ich euch. Ja, gut. Sieht schick aus. Muss ich sagen. Aber überall wieder die Koffer. So, kann man da. Da war doch noch eine Tür. Das ist die Küche wahrscheinlich. Ja. Ja, gut. Überrascht mich jetzt nicht. Sag ich mal so. Aber warum überall die Koffer, ne? Das ist schon verdächtig. Das ist keine Menschenverhaltung. Hups. Oh, ist ein bisschen speicherlich. Ich muss mal. Ja, bitte. Ähm, brennt hier was? Komisch. Kommt aus der Richtung, ne? Äh. Ich kann nichts mehr anpacken. Äh, das Icon war weg. Für die Tür. Gamepad vibriert. Ähm. 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 Wieso habe ich den ersten Gruselpart? Oh. Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets him on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fatsy bullshit, if you ask me. Fatsy-fatsy. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Aber müssen wir jetzt durch irgendwelche Feuerreifen springen, oder was? Da siehst du auch nichts, ne? Nee, gar nichts. Ist jetzt auch... Ob wir das sind? Weiß man nicht. Oh, ich höre irgendein Geschrei. Jetzt sind wir auf der Unbekannten, in der G-Stock gerade. Ja, das kann sein. Äh, hier brennt es doch definitiv irgendwo. Äh, das ist doch der gleiche Raum. Nur, das da... Vorher kamen wir von hier. Und jetzt kommen wir... Da, die Tür war auf der anderen Seite zu. Oh nee, und die Vase ist auch schon runtergefallen. So, was ist das, wenn der Mann ein bisschen verrückt ist? Er ist ein Direktor. Er kommt mit einem Job. Ich meine, was wird er tun? Bögen dich? Witzbold. Genau das wird wahrscheinlich passieren. Warte mal, hieß es nicht das gelbe Monster in dem Spiel? Das gab es im ersten Teil nicht. Du musstest dich von was abhauen. Also, doch, die Mutter gab es, aber... Also, die Frau, aber... Es war halt nicht so, dass du flüchten musstest. Hä? Schon wieder eine Gruppe? Äh, jetzt kommen wir von... Hä? Oh, ihr seid Schweine. Jetzt kommen wir in... Das ist wieder der Raum. Was ist das da? Ich denke, es ist alles ein Akt. Jetzt ist sie kaputt. Toll. Super, Miriam. Toll, ey! Wir haben nichts gemacht! Was ist hier los, Alter? Das ist auf jeden Fall eine Art Vorhelle von irgendwem, der irgendeine Scheiße gemacht hat. Und der will den besten Film aller Zeiten kreieren. Ach, leck mich doch. Was ist hier los, Alter? Schwer kann man cool machen. Ja. Wieso eigentlich Teppiche? Wer stellt einen Teppich hier hin? Dieses Bild, ne? Mhm. Du bist übrigens raus aus der Camp. Nee. Gib mir eine Taschenlampe, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt sehen wir nicht Scheiße, nee. Oh Gott. Oh Gott. Hi. Hi. Was ist das? Hi. Hi. Ich schreibe noch mal ein Globus. Lass die Tür auf. Was ist das? Ein Globus. Ein Globus ist ein wichtiger. Kaputter. Ja. Wer redet eigentlich mit uns? Weiß ich nicht. Ich hab die Tür dran, die Checksitze an. Ich bin nicht! Ja, warte. Ich ziehe mich wieder zurück. Ja. Aber da waren wir doch gerade drin. Soll ich nochmal drehen? Ja, da war der Checksitze. Hast du was gesehen? Ja, aber wir waren doch da. Wir waren doch schon da. Jetzt gehen wir doch wieder her. Do you remember? Ah! Hast du das gesehen? Da war einer! Hast du das gesehen? Da stand doch gerade einer hinter dem Globus. Da hast du dich gesehen, ne? Nein. Jetzt hab ich noch mehr Angst. Da stand ganz kurz plump. Du gehst immer aus der Cave. Hör auf, aus der Cave zu gehen. Das ist der, der mit uns redet. Ah! Ah! Kein Kerl! Ah! Nein! Ich will nicht! Ich geh selber! Er rumgeschafft. Er rumgeschafft. Ja, ja. Nein! Wer redet da eigentlich mit uns? Der Regisseur vielleicht. Ach komm schon! Da waren wir schon mal. Ja! Die Tür zu, ab und durch! So viele haben es versucht. Teil meines größten Werkes zu sein. Als ob es je eine andere Wahl gab. Nur eine Person kann diesen Charakter zum Leben erwecken. Nur eine Person ist gebrochen genug, um ihn zu schaffen. Oh nein! Eher, weil wir irgendeine Scheiße gemacht haben wahrscheinlich. Es ist wieder so leise. Ich glaube in dir! Ich glaube in dir! Ich glaub dir mal an uns. Was? Was? Wer hat das denn jetzt gesagt? Weiß ich nicht. Was? Habe ich jetzt was verpasst? Das hört sich aber an, das wäre jetzt direkt am Ohr. Ja. Ach nee! Ob das war ein Mädchen? Mhm. Okay. Ah! Tür zu! Oh Gott! Das wird zu schlimm! Das wird zu schlimm! Ein Vogelkäse? Der ist tot. Da ist schon ein Puckerfogel drin. Ah, da ist eine Puppe drin. Wake up Mr. Hardy! We've got to get out of this godforsaken prison! Before we rot! Okay. Okay. Das hat mich jetzt so sichergestellt. Ah! Das ist gegen Schuss! Das war immer noch fast erschlagen, ey. Ich muss ja immer so ne große Klappe haben, Alter! Das weiß ich schlimmer! Was war das jetzt? Ist das ein Boxer? Hm. 849! Okay. Sollten wir uns vielleicht mehr... 849! Okay. Sollten wir uns vielleicht mehr... Ich hab schon! Was ist das? Hör auf zu atmen! Aber wieso... Moment. Ich bin noch über... Ah! Mit RT! 849! Alter! 449! Ich hab irgendwie das Gefühl, es ist nicht ganz... 449! 449! 449! 449! 449! 449! Ah! 449! 449! 449! 549! 449! 449! Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das waren Kinder, die Piraten gespielt haben. Versteh ich richtig, ne? Ja. Und die hat uns vorhin auch ins Ohr gerissen oder eher. Was ist denn? Are we are we really going that's Captain Baines to you Mr. Hardy remember the name quartermaster or I'll have you walk the plank oh you arschgeigen okay here is gemalt aha a swimmer stool this is a scene, this is a set but what is happening here here comes another aha oh oh how are you doing I'm going to do here he's there he's there I'm afraid he's there there is the box Ah, da müssen wir, glaube ich, den Stuhl anziehen. Guck mal, das hat doch gepasst. Hä? Warum passt das nicht? Moment. Schön, ne? Ja. Ein bisschen weiter. Er ist doch da. Noch mal? Ah, jetzt. Jetzt wieder da lang? Ah! Der Kopf ist weg. Der Kopf ist weg. Wo ist der Kopf hin? Weg. Ah, guck mal. Nächste Szene. Oh, cool. Ist dir das Poster denn? Alter, das blendet voll. Ist hier noch ein Schalter? Nee. Aber guck mal. Aber, kann ich das? Wieso kann ich da nicht hin? Muss ich hinten rumlaufen? Türen, die man nicht öffnen kann. Die Bilder? Doch, da liegt was. Ja, ja, nein, 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 nein. Warte, da muss man langlaufen. Ich will aber erstmal ... Da ist doch ein ... Kann ich da nicht. Ja, aber können wir uns nicht daran verreiben, Mogen? Ja, das suche ich gerade. Ob man hier irgendwie den Vorhang nicht wieder... Drauf springen kann man nicht. Nee, springen tut er nicht. Ah! Das ist ein Käppchen. Hab ich nicht gesehen. Diese Bilder, Erinnerungen von dir, sie haben mich haunt. Und trotzdem klingst du ihnen. Weil ohne mich, du hast nichts. Das haben wir mitgenommen. Ja, cool. Ich dachte, die Linke hätte sich bewegt. Eigentlich komisch hier. Alles klar. Das sieht komisch aus. Und was, wenn das Schiff auch nur ein Set ist? Weißt du? Ja. Okay. Rechts, links. Da ist ein X. Und da ist ein Tür. Die natürlich nicht aufsieht. Dann gehen wir mal hier in den Chef uns aufs X. Ganz brav. Oh nein. Oh nein. Oh, ihr Schweine. Ha! Ha! Da stand einer! Da stand einer aufs Eck. Und der scheiß Rauertüde für ihn. Hä? Guck mal. Ah, der ist da! So laufig, wenn ich zu viel getrunken habe. Ja. Da stand einer. Was war das denn für einer? War der das? Nein. Der brennt nicht mehr. Ha! Oh, dieses Spiel, ne? Nein. Oh, scheiße. Ich muss. Nein. Ja, aber richtig. Malstifte? Das sind deine Kreiden! Juhu! Ich bin zurück, Mahardi. Sie hat die ganze Umgebung ausgelöst. Sie sieht, wie es ein Trailer gibt, den wir folgen können. Ein Trailer? Nein. Dann können wir sie jetzt endlich mitnehmen. Ja, sie nicht. Können wir nicht einsammeln. Nein, können wir nicht. Kann man nicht. Kann man nicht. Hab ich jetzt auch gedacht. Alter, wir sind ja wieder hier. Du siehst das, ne? Ja. Noch jemand? Das sind wir. Ach wo? Nee. Ach nee, das ist gut. Ist da jetzt was? Der müsste genau hier stehen, wo ich jetzt stehe. Ja. Aber hier ist nichts. Okay, das ist voll gruselig. Oh, ich geh jetzt auf. Alter. Oh, danke. Hat abgeschlossen. Ja, aber 20 Minuten sind wir wieder um. Das heißt, du bist gleich dran. Ich sag mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tchüss. Sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020